Wuck? Ja? Willst du noch was trinken? Ähm, Zitronen. Zitronenlimo? Ja. Nehm ihn bloß nicht an! Das Chaos wird Wuck selbst aufräumen. Und ihr zwei. Ihr schuldet mir jetzt eine Million. Okay. Wuck, hör auf. Fass ihn bloß nicht an. Geht's Ihnen gut? Geh weg. Geh weg von ihm. Dortmund hat ihn gerade eingekauft. Er braucht nur etwas frische Luft. Wir bringen ihn in den Kühlraum. Sag dir, wenn's fertig ist. Hey Wuck, komm her. Hörst du schlecht, oder was? Komm da runter. Komm her. Das ist für dich. Für mich? Ja, ist ein Geschenk. Du hast für ihn ein Geschenk gekauft? Ja, na klar. Harald. Ich will nicht, dass jemand sagt, ich würde ihn schlecht behandeln. Ich habe ihm ja auch das Leben gerettet. Na los, mach auf. Nachwuch? Wow. Das war ganz schön teuer. Das Ding ist elektrisch. Du stellst es an und dann werden die Wischmops gereinigt. Dann brauchst du nicht so viele neue zu kaufen. Wow. Wahnsinn. Schimpfwörter? Nein du, ähm, überhaupt nicht. Trinken sie das. Kräuterlich mit Honig. Ach ja. Und wenn sie was verschütten, kann ich es einfach auffischen. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Es tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht. Bitte. 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 Halt nicht. Sieh zu, dass ihr Ehrling zu fassen kriegt, bevor er fährt. Na schön. Bevor der echte Krankenwagen ankommt, haben wir Zeit mit unserem da hinzufahren. Und jetzt kommt der clevere Teil. Wir fahren nicht zu dem Flugzeug, in dem Wuck ist. Sondern wir fahren einfach direkt in die Herkules. Setzen die Wachen außer Gefecht und heben ab. Und welche Wachen sollen wir außer Gefecht setzen? Irgendwelche Typen von Sicherheitsdienst. Lass Harald zu Ende reden, klar? Halt den Mund. Gut. Was zum Teufel tust du da? Lass den Scheiß! Das ist Harald, lass das! Nein, nein! Schwachschau! Was gefälligst du auch sein? Bisschen vorsichtiger, ja? Welche Treppe? Die zum Flugzeug. Wo kommt er weg? Verdammt, du Scheiße! Ja! Machst du das verdammt nochmal! Stell dich einfach unter den Flügel! Ich will ein Foto von dem Flugzeug machen. Ich mach ganz schlecht. Das geht nicht, wir wollen gleich starten. Gib mir leid. Dann habe ich uns frische Zahnbürsten besorgt und ein Shampoo. Sekunde, Sekunde. Was soll das jetzt werden? Er sollte für sein Foto unter dem Flügel stehen. Er macht ein Foto von der Maschine. Du blöder Idiot! Ich freue mich schon so. Was ist hier? Ab unter den Flügel! Und du? Du dich auch? Und noch etwas weiter. Er ist zu weit links, er muss nach rechts. Jetzt geh nach rechts! Und vorwärts! Und vorwärts! Und weiter! Er kann das nur aufregen! Weiter! Gut, er ist fast da. Was ist das? Etwas zurück! Rückwärts! Und zurück! Zurück! Und im Rettbock! So ist gut. Er steht in Position. Gut. Bleib da! Du machst das Foto! Wir brauchen einen Krankenwagen! Sofort einen Krankenwagen! Ganz ruhig! Der Krankenwagen kommt gleich! Nein! Möchtest du hier unsere Hochzeit feiern? Ach, dann willst du gerne. Puck! Pass auf! Hörst du nicht, was ich sage? Uah! Das ist hier... Oh ja!